Und jetzt wieder E-Game mit dem Film, mit dem Nego, ohne Max und mehr spielen PD2 mit ein bisschen Verstärkung. Aloha! Das ist der Philipp, aka Penny, aka die Nucke, äh los! Überfallstart, juhu! So. Das hast du dir jetzt gewählt, Jubiläer, ne? Ja, Jubiläer, aber ich glaube auch schwierig. Ja, mit so einem erhöhten Risiko, den Seemann reich. Gut. Philipp hat es einfach kraft und hat sich unserem Team angeschlossen, der Go-Lean-Team-Uster. Jo. Erstmal lade, bitte. Philipp hat es auch was Witziges. Hallo! Ah! Striebog! Striebog! Genau, wir müssen bei den Insider hierher bringen, ich denke auch. Ah ja, klar. So. Äh, Beschreibung, Vorherr- Beschreibung, Schmutz, Blablabla. Was ist denn dein, äh, Gerät, was du dabei hast, was du nicht stürzt und dann mit der Gitterer? Genau, 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 genau. Interessant. Ich denke auch, alles klar, wir gehen. Gut. Gut, dann einfach mal gucken, da Philipp ist ein Geist, ich fliege auf den Techniker und ich bin der Master, nein? Alles klar. Ach, natürlich. Recht Taschen ist, als er könnte ziehen, er ist. Sollte es so ein Rat, was wir immer falsch gemacht haben, zieh nicht direkt die Mast hoch. Genau. Ja, dann weiß ich. Gut. Gut, das haben wir nämlich Elf und verkauft. Schau mir. Recht ist, denk ich. Und so nicht stehen bleiben im Erkundungsmodus, nicht stehen bleiben. Super, wir kommen hier mit so schüssigeren Westen drin, die, ja, so wie nach dem Stich ist, ne? Eigentlich sieht das teuer nicht so wirklich schwer aus, war das dann hier in den Hinterzimmer. Hat sich einer von euch die Karte angerückt wahrscheinlich? Ne, gab keine. Ach, keine, bin ich da sicher. Ja, also im Hinterzimmer waren Wappen, ich geh jetzt mal hin, da ist überall noch Zeug. Ja, aber achten, du wirst nicht weg. Dann musst du gucken, dass das Fragezeichen nicht bis zum Ausrufezeichen ist. Ja, ja. Weil das ist halt ein bisschen suspicious. Jetzt ist halt die Frage, soll man nicht einfach hingehen und im Hinterzimmer die Maske einfach rufsetzen? Ja, ich kann auch noch den Störsender anmachen, ne? Ey, dann geh doch hin und mach den Störsender an. Ja. Ja. So. Gut, also, Meldes, es geht los. Alles klar. Ich hab angesetzt. Gut. Ich guck mal, ob ich hier nicht irgendwas bekomme. Irgendwas sind sich mit Karte oder so. So, ich halte die hier mal ein bisschen im Schacht. Ach, du. Oh, das ist gut. F wird mir den Schmuck zu fahren. Ja. Ja. N6. Wo ist dann doch das Ausrufezeichen? Keine Keycard oder so am Ben? Welche Bags? Ja, ich bin hier von dem Vorzimmer und nehme ein Zeug mit. Ja, wieso? Ja, wir waren jetzt hier hinten drin und konnten einfach alles leer rein. Ach so. Ja gut. Ja gut, da viele Papierflägertaschen, da ist die Betriele doch leer. Na gut, egal, dann kommt es mit einer. Hier ist nichts, glaub ich. Nee, hier war ich schon drin, hier war dann nichts. Ach gut. Dann gehen wir vorne zu mir und Duxer, wenn man noch rauskommt. Wir müssen sechs Taschen mit rein. Eine liegt draußen vor der Strauß. Ja, hier ist noch eine. Ja. Ich mach hier die Vitrine immer noch mehr. Genau. Das ist nämlich Wage. Wage jetzt wo hin mit dem Zeug. Schmeiß ich erst mal raus. Ja. Wie kräht man, wo holt man sich dann so ein Taschen drauf? Pass mal auf, du machst hier so eine Vitrine-Projekt, hält hier Tasche, die Tasche. Ah ne, wo bist du dann? Schön, pass mal auf, komm mal hierher. Ah, ja, ist gut. Und mit D schmeißen wir die, und wir schmeißen jetzt einfach vor, die hier mit dem Auto können. Jo. Ja. Geht und sichert den Schmuck. Ja, hm. Einer hat mich gerade angeschossen, irgendwie. Ja, dann bist du getroffen, das ist normal. Ja, die Frage ist, wohin? Wo sie mal rauskommt? Ja. Ich drehe gar kein Taschen drauf. Ja, ne, das Problem ist, wir halten schon genug, die Frage ist nur, wo ist Internet? Eie, äh. Normalerweise kriegst du das so angezeigt, oder ist einfach so ein Zeug. Was ist denn hier los? Keine Ahnung, das Loch könnte so ein Flugwand. Ne, normalerweise gibt das doch angezeigt, wo du da beziehst. Ja, das ist aber die Frage, wo das ist. Und durchstehen, und es ist ja ein Achtung durchstehen, äh, Juwelierdurch. Ja. Hm. Oh, shit. Gut. Genau. Du bist verletzt, wie in der Komma, oder? Ich stehe hier mitten um der Straße. Wir sind da in Juwelierdnit Medikist, falls eins brauchen. Gut. Was ist denn hier mit der Querstraße? Was ist denn hier mit dem Auto? Was steht da so? Also, normalerweise ist es immer so ein blauer Van. Ich hole jetzt einfach mal die Tasche und mal die Kino. Ja. Ich schnapp mir auch mal noch einer. Dort vorne ist er. Wir gehen auch durch die Querstraße durch, da ist er gerade nicht was hingefallen. Gut, alles klar. Wir wollen so viel, wie es geht. Shit, ey. Ich schlafe dann einfach den Schmuck. Meistens einfach vorhin. Ich bin auf dem Weg. Ach, der kommt noch echt farb. Ja, er kämpfte echt. Ja. Meistens hier einfach in den Müllchen oder so. Nee, ich hab's doch. Gut. Na. So, und weiter, Jungs. Ich fahr einfach vor die vierten. Was lau lief mich eigentlich nicht so? Wow, wow, wow. Fängt ein bisschen an zu eskalieren. Ja, aber man hat doch schon zwei Backspush. Ja. Ich bin low life. Wo liegt dein Medikip? Eben, ich bin hier im Ingangsbereich. Ja, ich seh's, ich seh's. Die Taschen haben wir noch. Nein. Alles klar. Oh, 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 oh. Ich bin mit einer auf dem Weg. Ja, Philipp, mit M's und so kannst du was weg. Ja, ja, ich bleib aber bei dem Gewehr. Komm, komm, komm. Wollst du noch die letzte, Mann? Ach, warte, doch. Eine brauchen wir noch. Ich hab eine am Arsch. Gut. Ich auch. Ja, komm her, und dann müssen wir alle in den Flussbereich. Erst wenn alle drei laufen von uns klappen. Oder wenn halt einer sterben. Guck mal, Diego, komm mal her. Sehr schön. Was war gut? Sehr schön. Hast du viel im Ries? Ja, ich hab viel. Ausdangsweise. Oh, du kriegst nach 400 EP nur, den Risiko zu schaffen. Nein. Okay, Statistik hoch. Nice, 17 Kills. Man, ihr ne Payday-Kill. Also, ne viel geschossen überhaupt. Ja. Wir waren aber schnell, 6 Minuten mehr. Ja, das war gut. Nächster Tag. Oh, es gibt mehrere Fragen. Nichts zu sagen. Oder kommt jetzt schon Payday? Hm. Schauen wir mal. Schauen wir mal. Philipp, ich war eigentlich die Mission offline gewesen. Offline habe ich noch nicht gespielt. Echt nicht? Mhm. Äh, die war eigentlich schlecht beeinfraucht. Okay. Ja, okay, jetzt kommt die Parkflucht, die man schon mal hatte. Alles klar. Alles klar. Nein, pass auf, du kannst jetzt wahrscheinlich auf einem Parkplatz raus, und dein Auto ist kaputt. Dann liegen die Taschen da rum, und du musst in deinem Zeitlang überlegen, dass du das nächste Fluchtauto filmst, und halt die Taschen ins nächste Fluchtauto lackieren. Genau. Alles klar. Also, einfach nur ballern. Gut. Sollte die 50% genauen, ich ja. Das war nice. Genau. Ja, genau. Die labern dann einfach ein bisschen, und dann sich jetzt gleich wie es aussieht. Das hat immer schneller. Genau. Ja. Ja. Wow, 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 wow. Hat der eine gerade auf dem Auto gestanden, oder? Ja. Ich hab gerade runtergeschossen. Aber das ist nochmal der Park. Schau mal, einen. Ja. Schau mal, einen. Schau mal, einen. Wo müssen wir hin? Das ist schon. Wir müssen eh schon ein bisschen überleben, wie es das Auto findet. Gut. Gut. Woho! Laust du die mag? Ich hab nicht so viel rum. Ja gut aber das letzte mal zauberlein mir da auskommt. Ja das stimmt. Wenn wir hier in den Park sind. Ne! Letzten Endpunkt dauert ein Rang. Genau, das steht hier auf jeden Fall im Rept. Ja genau, genau. Alles klar. Oh, ich werde durch den Taser betreuen. Bei mir ist momentan... Also von links lang... Oh ja. Könnt mir vielleicht einer helfen? Ich bin doch. Ich werde nämlich irgendwie durch den Taser betreuen. Oh, ein Problem hat der. Ziemlich böse. Oh shit. Ach fuck, das ist ein Taser-Keril. Ja, deshalb habe ich hier so Probleme. Wie dreck ich, ey. Alles klar. Hier muss die andere Seite vom Park. Ja, aber da habe ich gerade eben welche ganz weit weg vom Park. Ich habe eine Schläufermine an den Ingang vom Park gelegt. Also gegenüber die Seite vom Park. Ja, ich komme zu dir. Ja, ich komme zu dir. Ja. Gut. Ach ja, wir könnten mal die Aqua ausprobieren. Aber die kostet ja Spitz sparen, aber... Ja, ich spare eigentlich nur auf die nächste. Die haben ich gerade. Ich kann eigentlich sparen. Ja. 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 Dann so viele mit wollen. Wie geht es das? Das ist Park jetzt und ich jetzt. Nein, wie sind wir dann noch mehr als Anna mit? Nein, das geht nicht. Mit Schicht mehr mal laufen. Anstatt ein bisschen Zeit fliegen kannst du doch. Minute noch. Dann war es doch wie der Park läuft. Oh. Da ist einer im Park. Ich weiß nicht, ob wir den schon haben. Hey, da ist er! Ich hann ihn! Hey, ich hann ihn noch nicht! Ich komm durch den Park zu euch! Das ist ein Phaser! Wir haben einen Phaser, Kai! Erinnert ihr? Sind wir da draußen? Ja, wir sind da draußen! Und mal ran! Boah, in unser Auto! Was? WCF! Wie mies! Der trockst ein bisschen in der Wand! Hehehe Ey, der Transporter ist doch! Danke! Vorhin ist gerade ein ganzer Grupp abgesetzt, Kim! Ja, ja, sie schießen uns doch schon! Ah ne! Alter, und dann springen die hier über die Mauer! Das ist doch so nett! Das waren sie die ganze Zeit! Wo ist der Transporter? Da haben wir eine Fasch dabei! Ja, ich seh, ich seh ihn auf der Kreuzung! Klar! Ist da ein Armpasch dabei! Ich werd von vorne irgendwo angeschossen! Ach! Ja, weiter! Wir fliehen noch doch! Vier! Ja, ich schlafe fliehen noch vier Stück doch! Ja, vier Stück sind's! Ja, vier Stück sind's! Ich hab noch eine! Oh! Oben auf dem Dach! Ah! Ich hab auch noch eine! N liegt noch! Pass auf dem Gebäude, wo der N guckt! Dann kommt ein paar! N liegt noch! N liegt noch! Oh! Oh! Auf dem Parkplatz sind acht viele! Dann noch eng gerollen und ich laufe dann doch mit! Ich laufe! Pass auf den Parkplatz auf! Ich steh die letzte Rollen! Alles klar! Boah! Boah! Der Kerl, der rückt gerade in unserer Tasche! Was? Jo! Bin ich da dran! Kaumil! So! Ist das die letzte? So, jetzt ist die letzte! Gut! Auf der Pfade! Na die Tasche bin ich deftlich! Tasche ist drin! Ab wenn ich rutsche! Nico! Kommen die Priezen? Ja, bin ich! Na ein bisschen mit! Bei mir nix! Er hat dann noch gelegt! Ja, er hat ein bisschen gelegt! Ja, er hat ein bisschen gelegt! War gut! Schön! Immer ein Zettverklang! Ja, war gut gelaufen! Hast du die Zeit? Zeit sah! Oh! Zwei Minuten mehr, okay! Das wäre jetzt gut hier! Schön! Oh, Risikozuschlag! Ernst neun! Sau geil! Sau geil! Sehr nice! Sehr nice! Level 3! Level 4! Level 4! Level 6! Oh! Das ist doch bei mir, Arsch! Bei uns fehlt noch kein Kuchenstrick, ne! Ist doch echt schnell! Sau geil! Sau geil! Gut! Ja, Karte zieht bitte! Jetzt kann man die andere Seite fahren! Nur das ist Nur das ist Der Scholtes hat Korb als Material gespült Nice Er hat Korn Ne, nicht Korn Korb Hast du gar nicht, halt den Maul Ja genau, halt den Maul, ich hab gesagt Deswegen werden wir die ganze Scheiße jetzt ab Ciao Adiob